Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Acer Nitro 5 Gaming Laptop. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Zocker Laptop für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon Angebot zum Zocker Notebook werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Gaming nach wie vor ein absolut gigantischer Trend. Gerade in den Jahren 2020 und 2021, wo man draußen nicht so viel unternehmen konnte, haben viel mehr Leute nochmal das Zocken für sich als großes Hobby entdeckt. Der Vorteil von einem Gaming Notebook hierbei ist auch leicht erklärt. Du hast mehr Mobilität. Du kannst ihn in der Wohnung verwenden, mal in einer anderen Wohnung, mal im Zug, mal in der Universität, wo auch immer. Oder genau genommen in deinem Zimmer auch einfach an verschiedenen Plätzen, mal im Bett, mal am Schreibtisch. Also Mobilität ist von einem Gaming Laptop wirklich der größte Vorteil. Preislich finde ich interessant, was hier aus dem Hause Acer geboten wird, würde ich mit Hinblick auf die Ausstattung als ein faires Angebot für einen Zocker Laptop bezeichnen. Das ist meine Einschätzung. Ob es für dich das passende Gaming Notebook ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Zocker Laptops auf dem Markt. Also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welcher am besten zu deinen Vorstellungen passt. Wenn ich mir hier Prozessor, Grafikkarte, alles anschaue, finde ich, ist das schon wirklich ordentlich. Ist schon ein höherpreisiger Zocker Laptop, dafür bekommst du aber auch gute Qualität. Und so kannst du ihn selbst idealerweise abwägen, ist das was für dich oder nicht. Acer dürfte dir auch ein Name sein in Sachen Technik, Zubehör. Der Bildschirm hier ist auch ziemlich gut. 120 Hz Bildwiederholfrequenz finde ich schon cool. 17 Zoll in der Größe. Das ist schon ziemlich groß für einen Gaming Laptop, also hast du schon einen guten Überblick, würde ich sagen. Ja, natürlich vor allem ideal für Gaming, aber klar, wie du weißt, mit einem Laptop kann man wirklich sehr viele Sachen machen. So, insgesamt betrachtet, wie ich finde, ein faires Angebot für einen Zocker Notebook. Ob es für dich der passende Gamer Laptop ist, kannst du allein am besten beurteilen. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum Acer Nitro 5 Gaming Laptop. Das Amazon Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit, viel Spaß und Erfolg beim Zocken. Alles Gute.